und da habe ich von diesen grünen unheimlich viel, aber immer diesen brennenden Pfeil ne davon habe ich relativ, also ich finde hier auch gar nicht da hatte ich gerade eben als Belohnung habe ich das bekommen ach so, ja, okay ja komm lass mal einfach auschalten aber ich habe relativ viel rote also im Verhältnis okay, die habe ich nicht dann ist bestimmt rot für dich und grün, gelb für mich so ist die Sphäre der Alchemy verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand da hebt der Frank wieder ab aha, dekadent what the fuck was ich noch verbessern würde gerne wäre wenn ich so frei über die Karte switchen könnte das wäre noch special noch einen Bogen ach guck mal, hier kann man einen anklicken den Typen hier, der hier hängt ja, kannst du aber nur einmal also geht nur einmal okay, dann soll ich gucken, was ich gekriegt habe ne Keule hier guck mal gerade ob du die brauchen das brauche ich nicht ach, du kriegst halt keine Keule sind die bei dir auch so komisch blau ja wieder irgendwas zum Hochstufen oh, ich hab wow, pass auf er hat es erledigt passt nicht auf hä, sind wir jetzt so viel stärker geworden ich finde das gut, dass man die Zinger wieder rausnehmen kann diese Huhn sag ich jetzt mal ja, voll gut ja, guck, du musst dich heilen Frank ich wo? wow, ah, hier ist nach der schon wieder aber ist diesmal, äh, easier nach der Scheiße können wir erst mal wieder verkaufen gehen ja, ich glaube auch ich hab jetzt schon wieder keinen Platz, oder was? okay ja, lass dich das Ding da finden ja, warte, ja ich muss gerade noch hier gucken, was ich hier einsammeln kann, was nicht ja, lass dich das Ding da finden oh, ich hab neue Gegner äh, gespahnt okay, sterne aber schnell äh, ich hab wieder so ne Rüstung, so ne große ich weiß nicht, ob du die brauchen kannst und ich hab ein kleines Mana-Fläschchen äh, Mana brauche ich nicht ich hab auch diese 1, so dreicht mir eigentlich äh, Rüstung hab ich ne 27er wenn deine besser ist, gerne hab ich... 24er ja, dann brauch ich sie nicht ich hab's mir so'n Schwund anbieten ich hab's mir so'n Schwund anbieten ich hab uns mal ein Portal gemacht oh, da so mega nee, das darf ich dir nicht sagen im Stream ok, ich geb mal den das Portal Wollst du was mit N sagen? Nein Nogger, oder? Nogger warte, ich guck erstmal was ich davon brauchen bevor ich wieder alles verkaufe ja, das mach ich äh während des Verkaufsgesprächs äh, brauchst du Zacken-Pei-Köcher? brauchst du Köcher? wofür ist das? keine Ahnung ich hab halt nur so'n ja, zeig mal gerade ich hab hier so'n 2-Hand-Streitkolben wacht mal ich weiß nicht wo du bist ich bin hier oben bei dem... Asper, keine Ahnung jetzt warte jetzt lass die da weggehen äh 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 den hier hab ich, guck mal aha, nee, der ist nicht so geil ich hab ja noch so'n Geistschild guck mal weißt du, ob du sowas brauchen kannst? das hier hab ich noch ne, brauch Intelligenz ich weiß Frank na guck mal was hast du für'n Köcher, Dinge? warte 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 ne, die Schuhe brauch ich nicht aber den Köcher find ich geil dann äh pass auf dann nimm du äh diesen Treibholzhammer verkauft den oder warte mal, ob ich auch irgendwie noch was anderes was dir ein bisschen was Geld bringt äh ich hab sonst aber der ist auch blau, oder? warte mal und dann nimmst du noch ein paar Handschuhe dabei ja, alles gut, mein Gott ja, soll alles fair bleiben alles klar ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber hehehe aber was man hat, hat man richtig man hat mal Glück man hat mal Pech aber ich bin schon ruhig dieses kleine Mana vielleicht weiß ich nicht ob wir das später mal brauchen können ich könnte mir vorstellen dass die irgendwie kaputt gehen weil sonst hat der keinen Sinn, ne? ja, dann lassen wir mal lieber tu sie lieber in die Truhe notfalls ja ich muss eine Identifikationsrolle benutzen ja aha ach der Köscher ist auf der, äh den Krieg auf der rechten Seite dann hier als Zweitwaffe fügt Angriff mit Bögen 1-4 physischen Schaden hinzu ja plus 11% zu Feuerwiderstand geil respekt ach dann, äh ach so, ich bin auf dem anderen Bildschirm ich denke, wieso geht da nichts hehehe oh, bist du doof ja dem widerspreche ich ab und zu mal nicht hehehe äh Schriftrollenfragment ach, ich pack alles hier rein ich hab da eh keine Ahnung von äh so so dein Portal ist noch da dann geh ich da gleich mal durch ähm wo war das nochmal? ah, hier ja ja, warte, warte, ich bin noch nicht durch sonst ist es weg für mich ne, ne, ich äh ich, äh warte hier unten ah, ich kann euch grad noch ein Skill machen ich überleg grad worauf ich gehen soll ja, lass dir Zeit dann mach ich den auch noch 6% erhöhte Rüstung maximales Leben komm, so ein Standard Ding erstmal nämlich ist gekauft ich weiß halt nicht dieses Geschick ob sich das bei mir lohnt ich krieg das in zwei Bäumen angezeigt gute Frage also ne geh schon mal durch, ne bevor es gleich weg ist bei dir so ich bin durch ja, wacht, dann geh ich auch nochmal durch dann lass mal noch nicht laufen dann warte nochmal kurz naja weil was mich interessieren würde ist, äh du siehst ja bei den Fähigkeitspunkten siehst du ja dieses blau, rote und grüne, ne? ja aber das sieht so aus, als könnte man weil da steht ja 14 blau 14 rot oder welche Farbe wird bei dir gelevelt? bei mir wird grün gelevelt wird bei dir rot gelevelt? ja ok, dann weiß ich den Unterschied ok aber ich weiß wie man es äh auswählen kann genau das ist dann wohl immer rot aber ich hab jetzt 50, 14, 14 ich hab 14, 14, 32 ich weiß nicht ich glaub wie auch immer ok ich glaub wie auch immer wollte ich schon mal gesagt haben wir hätten das Sackgasse ne doch nicht ich hab Angriffsgeschwindigkeit geholt das ist cool das geht gut ab auf jeden Fall ah unbesiegbar wir hatten eben mal kurz 5 Zuschaueraufrag ah ansonsten spielen wir den ganzen Abend schon alleine es gibt keiner zu tade ja ich weiß ja gar nicht was den entgeht richtig hail to the king ups ohohoho said Felt sich immer automatisch auf funer credit Ahh guck mal hier unten sind ganz viele mr crabs oupg super special fähigkeit trifft nicht aber normaler schuss trifft ja ja das knallt auf jeden fall würde ich sagen wo ist denn deine hier ist eine verrostete klinge hab sie schon ja warte kurz ich hab auch noch irgendwas eingesammelt vielleicht kannst du ja gleich irgendwas also ein komisches schwert nur 15 5 bis 13 schaden hab 10 bis 16 geil wo ist denn jetzt blöde die 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 du musst ein bisschen bewegen glaube ich Gesundheit oh Junge das tat richtig weh ey du bist mir selber erschrocken ne ich kann es nicht aufnehmen verinnert die Farben der Fassung eines Gegenstands ey das ist voll gut ja nimm mit ich kann es nicht nehmen echt nehmen? ne bei mir ist ausgegraut ne weil ich sie jetzt schon einmal hatte oder was? ne ja du hast sie schon mal ja aber wo soll ich denn wissen dass sie dann ausgegraut sind? ne wir müssen alles was du schon mal hattest möchtest nicht mehr fangst ne ich bin so nix es braucht quasi ah wir sind doch mal ne kleine oh jetzt geht's aber um hier das muss mit der Steuerung komm ich noch nicht so ganz klar mit dem Laufen und Schießen das verwirrt mich immer zu doch noch mal oh hier oben geht's weiter die sind wieder neu ok warte hier sind noch zwei kleine streff irgendeine auf jeden Fall so habe ich unten jetzt auf jeden Fall nicht weiter habe ich eine kleine Malerfläche aufgehoben von dem die ich so getriffelt habe die ist aber jetzt schnell weg krass bitch ja nimm deinen Bogen einfacher Bogen die Nagelforst mischt gar nicht oh ja ein Zauberstab oh ja ein Zauberstab oh war ein Vorteil für mich und so dann ja ich hoffe Mia wird mich mögen ich so es ist halt kein Problem du kannst dir hinknien dann bist du da eine ne kaputt lachen ich kommentiere das jetzt aber nicht so hä warum ach so ne das meint ich jetzt nicht also sie denkt schon mal zweideutig wenn du dich bei mir einfach irgendwohin kniehst auf wenn sie weiter weg ist dann kommst du an weil sie denkt hier das dinge kannst du anklicken hier ja haben wir schon mal gemacht wir waren ja jetzt weißt ja ich mich nicht mehr daran erinnern oh das ging schnell ja sie kann nicht nur tragen ich habe hier sind aber kann man nicht sein dass wir jetzt mal wieder das unsichtigeren sachen ich denke mal später wissen wir aber hier rostiges schwert das könnte was für dich sein und abgetragener war da ist er ja hier müssen ausweichwert 29 wollte er gesagt haben das könnte aber doch natürlich sein ausweichwert 29 krank für was also was für ein gerüstung rüstung wird auswärts was für den wert 29 ich habe 27 rüstung 27 auch ach so aber ausweichwert habe ich 27 und dann noch zwei blaue fähigkeiten plus zweimal gesagt wird hier bin ich muss hier rein ich habe ein inventar voll wollen wir wirklich hier rein ja ja komm ich meiste einfach die weißen sachen da raus ich mache das jetzt sonst ärgere ich mich gleich wieder sicher naja warte vielleicht ist ja auch gar nicht ok ach das sieht definitiv nach loot aus erinnerungsfragment ist eingestürzt ok das finde ich gar nicht so schlimm dann kann ich mich für den site verkaufen ich bin vor allen dingen immer so scheiß bögen nix können also gar nix einfach er hat das halt anfangen ich bin aber nur das beste gewohnt frank ja klar wie kann denn die saß hier alles kommt hier nicht in die tüte ob du hier bist und nicht deutsch und sowas wirst du auch nicht brauchen können ich habe einen bogen fünf bis dreizehn aber sonst kann er nichts jetzt ist der chance verkaufen hast du schon was gekauft beim händler die kauft ja nur stein irgendwie mal für den sockel die kleinste einheit ist dieses papier übrigens nicht diese scherpe die habe ich gerade zu so einer schriftrolle aufgetunen aber hast du schon so ein gürtel hier gekauft nein ja weil das macht ja nichts Sinn weil 23 prozent erhöhter globaler physischer schaden ist schon krass ist nicht schlecht ich glaube den kaufe ich nämlich jetzt scheiß auf diese schriftrolle oh und plus 20 zum maximalen maler hier so ein ring ich kaufe das jetzt so weiter wir 18 prozent erhöhter globaler physischer schaden erhöhter globaler ebenso wie der herrschungsrat mit flächen ich habe auch so lebens dinge geholt wenn du hier einkaufst ne der greift auch auf deine truhe zurück du musst nicht extra die sachen darauf ja hab ich mir schon fast gedacht das ist sehr gut ja cool cool oh ich kann mir keinen amulett holen ich hab keine umwandungsstärke ich hab keine umwandlungsstärke was brauchst du noch ja alles ok ich brauche ich nicht zwingend alles gut Ich muss gerade mal die Portalrolle, ne die brauchst du nicht kaufen. Die Portalrolle kostet drei von diesen Rollen, ne? Verkauf die nicht, die brauchen wir ja einfach unterwegs. Ne, kaufen kostet drei Rollen, weil wir die immer so leichtfertig ausgeben, weißt du? Ich meine, die ist richtig teuer. Ich kaufe mir jetzt mal nicht so einen Ring, ich hoffe jetzt mal einfach, dass ich so einen finde. Aber es gibt hier noch, erwacht mal. Ich habe mir jetzt eine Scherpe gekauft, aber sonst nichts. Ich habe mir auch eine Scherpe gekauft und ich habe mir ein Amulett gekauft. Regeneriert 2,7 Leben pro Sekunde. Also so ein Halsketten-Dinge. Hört nicht schlecht. Ja, ich stehe dich schon mal unten am Portal. Bin auch mal unterwegs. Ne, du musst zuerst los. Echt? Da ist ja mein Portal. Wollen wir den direkt anklicken hier? Ja, ne? Erinnerungsfragmente. Ja. Verlorene Erinnerungen. Ja, das sehe ich auch. Ich hoffe, ihr das seht. Ach so. Ich glaube, ihr mussten irgendwas abgeben, oder? Aktiviert die Stabilisatoren in dieser Erinnerung, bevor sie zerfällt. Okay, das habe ich wahrscheinlich dann verkackt. Verstehen geblieben sind. Aber können wir da nichts mehr machen, dann ist er jetzt fertig geworden. Hallo. Wollen wir verloren Erinnerungen? Für einen Moment hatte ich das Gefühl, sie sind auch wieder zurückgeblieben, aber ich nicht hör. Ach, hatten wir da irgendwas, was wir da einsetzen mussten? Aber eröffnet es ja jetzt nicht nochmal. Aktiviert die Stabilisatoren in dieser Erinnerung, bevor sie zerfällt. Ja, das haben wir nicht gemacht. Ist aber verkackt, ne? Ja. Oh, was hätten wir machen müssen? Weiß man das? Ne, ne? Wahrscheinlich irgendwas anklicken. Aber wir waren ja mit... Also müssen wir morgen doch neu anfangen. Woah, Alter, jetzt ist aber hier... Was ist da los? Da wird immer einer frech hier. Hier direkt auf das Schnauzer. So, dann müssen wir eigentlich da oben zu dem roten Tor. Und bei mir wird immer noch dieses Ding angezeigt. Dieser Pfeil auf der Karte oben rechts. Das ist doch so. Pfeil? Ja. Also... Und guck mal bei dir grad im Stream. So. Hey, so ein Zufall. Komm, Koki, schon hast du es nicht, ne? Doch, doch. Oben rechts auf der Karte ist dieser Pfeil. Weil, zeig mal. Hier. Dauert einen Moment, bis ich mit der Maus hingehe. Ach so. Den habe ich jetzt nicht. Ach doch, jetzt habe ich den. Das ist halt, dass er eine Quest ist. Beziehungsweise, dass er halt einer steht, der wichtig ist. Ja, ich glaube, das ist eher, oder? Bei mir hast du das jetzt zum Beispiel auch, ne? Ja. Kann ich ja nicht verstehen. Okay. Okay. Ja, egal. Mal was anderes. Dann lass mal gleich, bevor wir neue Dinge annehmen. Jetzt kommst du uns blicken, wenn wir durch. Aber ich habe die Karte schon ein bisschen erkundet hier auf jeden Fall. Ja, die ist komplett eigentlich. So gut wie komplett. Ja, aber die anderen Karten, die sind immer... Fängst du immer wieder neu an, ne? Aha, irgendwie war vorne wohl ein Fehler. Keine Ahnung. Jetzt ging's ja, Gott sei Dank. So, auf zu den Moraste-Ebenen. Geil. Ah, ein Frosch! Ah! Ah ja. Ich bin Franzose, ich muss sie essen. Black Storm's Descending Us. Sie haben kein Temmich auf. Eure niedrigen Fähigkeiten kotzt mich dann. Boa, komm, was das jetzt stark ist. Der Ast. Guck mal, der macht bestimmt, äh... Narben. Wollen bis sonst nicht, ne? Aber mein, ich habe einen gelben Gegenstand, der ist eigentlich ziemlich geil. Der könnte doch eh nix, aber... Ich muss mal gucken mit den Tasten hier, das ist... äh... dem Stehenbleiben... Tasten nehme ich immer ganz gerne, aber ich mach so viel links-klick, da macht er das zum Beispiel nicht. Ah, hier ist ein Barer. Entschuldigung. Der Fahneher ist auch gestiegen. Ja klar. Wow! Gut, komm, komm! Ah, der Fahneher ist auch gestiegen. Ja, mhm. Oh! Ah, den Glyphel kann ich auch nehmen. Oder wolltest du... oder hast du eine genommen? Ja, ja. Okay. Dann kann ja jeder eine nehmen. So, kann ich jetzt mal in Fähigkeiten machen? Danke. Warum euchs sind welche? Aber, ja, mach so. Ich nehme jetzt mal das Geschick. Für irgendwas muss das ja gut sein. So ein Nahkampfschaden finde ich gut. Richtig. Nach weitem hin, dann zeigt er sehr seltsam mir erklären. Okay. Lass mal weiter suchen. So, darum ist der Tor, oder komm mal her? So, und hier zeigt er rechts wieder was an. Und unten links. Hä? Hat der schon wieder? Oh, oh, warte mal. Da ist wieder so eine Erinnerung. Ja. Nicht, dass wir das wieder verkacken. Findet... Warte mal. Ich hab da unten so ein Ausrufezeichen. Hast du das auch? Wo unten? Also, in dem, äh... Über der Fähigkeitenleiste. Findet eine Verwendung für die seltsame Glyphel in der... Ach so, ja. Die hab ich schon weggeklickt. Das ist das grüne Ding, was wir hatten. Okay. Ähm... Ja, wenn wir reingehen. Was müssen wir machen? Egal. Lass gucken. Okay. Und rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.